Zum Auftakt des Klimagipfels jetzt live aus Glasgow, Annette Dittat. Mit der doch sehr vage gebliebenen Abschusserklärung von Rom ist der Druck auf die hier morgen anreisenden Staatschefs noch einmal gestiegen. Es geht um viel, denn... Entschuldigung, sorry. Entschuldigung, es tut mir leid, aber ich habe hier so einen Krach auf dem Ohr. Glasgow ist jetzt die letzte Chance, das Klimaziel von Paris, die 1,5 Grad, noch zu erreichen.